ah um ist der Wand du hast mal rechts in der Wand guck ins Ding, mach doch mal 3, 4 hoch ich hab grad noch geschafft wo ja? das ist doch so ein Lapp, man schaust aus all dem Kacke dritter Bogen gefunden ja man, der Bogen ist halb voll ja 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 ich hab 3 Skelette mit nem Bogen erschossen 3 Bögen bekommen also nein, einen schau mal die Pfeile bleiben erstmal da drin hier ist noch ein Bogen ich hab 7 Pfeile dabei und schieß damit ja, die Pfeile sammeln so Dennis, mach ich dir ne Hose Dennis, hier da darf ich Pfeile herstellen? ja, was anderes kann man mit den Federn die Sonne anfangen und so wir brauchen Hölks ah ne, wir haben noch 19 noch nicht der Jani, der Farmer aus dem Eis mach ich mir auch mal ne Eisenspitzhacke ja, und dann gehen wir mal runter gucken nach Diamanten und Dennis! so wir haben jetzt 57 Pfeile Dennis so, jetzt kannst ah ich nehm 29 und tu noch 28 in die Kiste und? kannst du dir noch n Max, du kannst dir auch noch n neuen Bogen machen einfach wir haben 4 Dings ey Luftführer alter Mann, was machst du? Max, gib mir nochmal n Eisenteil hast du ne Hose gemacht? für was denn? ne Hose ja, ich bin grad dabei es dauert halt und zwar hab schon wieder da hätten wir mal Industrial Craft ey was ist? da hätten wir mal Industrial Craft wegen dem Eisen da hätten wir einfach nen Introduction Fernance nehmen können und dann oh ja man bum 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 fertig 100% geladen das ist auch immer so krank ey wie schnell das geht ey der Electronic Fernance geht auch schon ab aber der Introduction ja boah geil erklär doch mal den Zuschauern was das eigentlich ist nämlich ich bestimmt wissen die meisten das nicht ja nee komm was? komm du machst grad Holz legt's in die Kiste ja gut Daniel, habt ihr nen Ofen vor der Tür stehen? wüsste ich nicht lol, ich hab grad nen Rechtsblick drauf gemacht und der ist despawned ha 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 fuckfix ist bloß lol Dennis, ich geh mal runter kommst du auch aus der Diamantensucht gleich tripmining dafür brauch ich aber ganz schön viele Steinspitzhacken ja ich hab schon ha 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 so stell mal ein paar Zäune her 3 Steinspitzhacken hab ich jetzt wie viel? 3 und 2 Eisenhäuser jetzt haben wir ein richtiges Steinhaus wow ein Steinhaus hammer voll Styl und so ja mach's doch besser wer redet da eigentlich grade? ja ja doch mach's besser wer redet da eigentlich grade? ja doch noch müssen wir gar kein Wasser ja das ist schlimm Dennis, bist du unten? nö nö oh dann ich brenn mir grad grad noch ein bisschen was zu futtern haben wir nicht noch wir haben echt kein Holz mehr ich hab grad Holz ich komm jetzt wo ist mein Gold? warte alter, wenn du Slash Warp Mine machst, kommst du in die andere Welt hab ich eben auch ich hab auch Warp Home und dann bin ich auch in die andere Welt gekommen du meinst, bei Warp Home kommt das immer hier hin noch eine mach einfach auf Step Home Janni hier drin selbst Step Home ich erklär grad den Zuschauern ich erklär jetzt mal den Zuschauern warum es mehrere Welten gibt also wir haben einen Motter draufgeladen in dem es uns erlaubt ist, dass wir mehrere Welten draufladen können ähm der heißt Multiverse ist immer noch ein Plugin Plugin ja Plugin ja ist halt so ja ist halt so niemand niemand craftet jetzt niemand craftet jetzt Dix ich hab jetzt mal Wettbote hierher gespielt ich bin schon Level, Level 12 wegen dem, ähm wegen dem Ofen ja, weil du mal Eisen geschoben hast Level 9 ich hab viel mehr Eisen da rein getan ja, ja, ja alles da waren 4 drin oder 5 und ich hatte 31 ja ich hab mir schon halt auch schon Eisen reingetan und hab schon überhaupt anders gemacht ja hab ich auch schon, also wer hat grad mein Eisenschwert aus der Kette rausgenommen echt, das fehlt schon die ganze Zeit ja ich leg das immer da rein, weil ich damit nicht in die Mine reingehen will ich geh auch ohne Flug in die Mine, falls ich verrecke ich hab jetzt ganz viele Sticks gemacht ok ach du jetzt 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 ach du hast noch mal Knochen, Sergi hm, äh, ne Knochen hab ich weggeworfen das ist schon ernst, oder? doch, ich mein, ne mein Inventar war voll und ich konnte sonst den Diamant nicht nehmen Max Max ja? wo bist du? Misha auf der Kart rum ja, komm, dann gehen wir jetzt runter in Monomin oder so Daniel, Daniel Daniel hier guck noch, ob hier was is äh, da ist echt nix schnell angegriffen Enderman und Daniel, hier noch was Alter, brennt doch mal das ganze Fleisch, man ja, das wollte ich eigentlich grad machen what the fuck was geht jetzt ab? was denn? janni, was baust du eigentlich um unser Haus, drum rum wie? klar ey, wer hat Brot gemacht? ja, ich hab schon gesagt, ich mach Brot, wir haben aber geilen Farmen ach, wir haben schon Farmen, das hab ich gar nicht bemerkt ey, wie cool ich hol mal Sand, dann können wir uns Fenster machen äh, Max ich hab schon Sand geholt ja hast du kackeln? ich soll meinen eigenen Sand ja, 33 alter ich geb dir noch welche wir müssen da runter wir müssen da runter warte, noch mal welche was, wir müssen mir den auch für, äh, 10 ja, wir müssen erstmal da runter kommen irgendwie ja, wie kommt er da runter? ähm oh, scheiß, ich hab was vergessen jetzt weg runter was hast du denn vergessen? ey, hier ist ein Spalt oh ich hab mir vergessen, noch ein paar Schraufeln zu craften was bist du? ah, Max, ich weiß es wieder, da kommst du, wo bist du? hier, im Haus ja, dann komm mal mit mir extrem viele Slimes sind hier gerade ähm, Leute, wie viel Eisen haben wir noch? kein ja haben wir nicht mal drei Eisen ne was willst du machen? vielleicht bräuchte man Wassereimer ach so, ich hab schon mal einen dann guck mal kurz nach Eisen Max, lauf mir mal hinterher dann schau mal mit, ich weiß, wo wir lang müssen ach gut alter, hast du Farms jetzt immer noch Dings? noch Sand? nein ich bin grad in den Spalt reingefallen und da ist Eisen drin ok ah, ja oh, Mann hat der ja eigentlich mal diesen Audio-Clenten geholt ja, ich hab's schon lange geholt aber es funktioniert nicht nein nein wir gehen da noch für 10 und bauen Sun also wie immer ist das Video, okay? Max, geht grad in den Wasserfall fallen lassen nein ich hab schon einen Zaun gemacht Achtung Achtung salü machen